Das können wir jetzt völlig entspannt spielen hier. Seht ihr Jungs, einfach auf den Dude warten, der Dude callt und der Dude gewinnt! Mit euch! Digga, geil! Jungs, das war hervorragend, das hat mir sehr gefallen. Digga, du hast kurz in den Lofi los, direkt wohin! Ich hab den Pate gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Samurai Dude! Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab das Zeit, dass wir in der Zone verkackt haben! Easy! Ey! Ah, Alter! So sieht sich das gut! Ihr Scheiße, eine Lüsche an! Vielleicht ist aber auch nicht viel f***er! Nein, nein, geh mal zurück! Zurück, zurück, zurück! Raus, 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 raus! Entspann dich, wir gehen jetzt nicht raus! Nimm deine Pillen! Mö-mögliche genockt, was geht! Ja, aber zum Schluss warst du wieder zu geil, Alter! Da stehst du völlig ohne Deckung da! Da war da nur der Einer, aber das ist immer noch so gemacht! Ich hab' das so schlau gespielt! Digga, aber der hat auch krass gelasert! Er hat den Kopf hochgenommen und ich war sofort weg! Ich hab' am Anfang, als er... Die hätten pushen sollen, bin ich wahrscheinlich hätten pushen sollen! Na wie, weil er die beste Idee war, das tut und ich unten die Leine abgezwackt haben! Ja, man, das war nice, die hätten uns von hinten... Verlocken die in Zwecke ist, Robilt! Keine Runde, Leute! Keine Runde! Jungs, wir können sehr stolz auf euch, ich hab' da gut gemacht! Mö-mö-mö-mö Mö-mö Ich sage einfach mal... Wir warfen auf den Einsatzbefehl! Zeit zum Aufwärmen! Guck mal auf dein Handybehälter! Sag mir, wo vorne und wo hinten ist! Ach du mal! Ah, ist krass! Der Feind spricht über dem Gebiet ab! Auf den Himmel, Achtzmann! Ach, aus! Ach, aus! Ach, aus! Ach, aus! Ach, aus! Wir nehmen den Heli, und dann gehen wir zum Sitter. Puh! Ich bin's! Kipps bei ihm! Falls wir den Heli an den Airport nicht schaffen, haben wir hier auch noch. Ja, Alter, komm mal und schreck den Militär, ich und du gehen Sitter. Nö. Weil ich und du, die sind das beste Team. Was ist das? Klar, Mann. Wir rocken hier. Kiss my doom, dicker! Kiss my doom! Oh, ich glaube, sie sind vorhin hinter mir. Ah, Schuhe! Komm, warte! Äh, Schuhe? Wo denn? Wo bin ich? Hatt ihn! 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 Ahhhh! Wo kommen noch die Stehersacken? Ne, hier. Ja. Ah, die gehen in den Stürer runter. Mit? Ah ja. Egal, du, viel weiter, viel weiter. Ah, voll komisch hoher. Fein sind Sie. Was ist dieser? Ja, der wird aufflüssen. Der eine kann sich fest. Der eine kann sich fest. Meint die Caheli. Nee, ne, wenn ich bin, der will doch nicht fest. Geht keiner mit? Ich bin sicher nicht. Hey, Feier! Ohhhh! So, ich bin hier auf meinem Kopf so ein bisschen fest. Oh, oh! Oh, oh! So, der ist hoch und wollte dann. Papa, du kriegst den Keller wieder. Wie immer. Aber, aber löst das jetzt zu sagen. Und der Sieg kam nicht auf den Fiffen. Er kam aus dem Fiffen. Okay, und raus? Aber das ist auch mit deinem Fiffen. Hier ist auch gleich ein Mini-Jungel anders. Ich hole den anderen von unten. Ich hätte sagen, dass auch einer mit durchgetrunken ist. Aber ich bin sicher, dass er gewohnt hat. Ja, also dreck ich. Ich mach die nicht die Runde. Oh, wer hat denn hier die Lute Schrotflinte nicht genommen? Du bist ja crazy, Alter. Darf ich euch was sagen? Ich hab in der kompletten Runde keine MP5 benutzt. Ich hab eigentlich nur Amex benutzt. Okay, ich mach ne Runde links rum. Shrek klappert oben die Thürmchen ab. Ich hab die von vorne geklaut, ja. Da hast du fallen. Hast du mal geklaut? Weiß? Ja. Also, ich benutzt wirklich eigentlich mit MP5, wenn ich in mein Haus bin oder so. Du hast den voll gesehen. M6, der ist im Klo-Fight. Ich sag ja, M16 ist brutal. Ja, gegen MP5 hab ich verkackt. Im Klo-Fight, auch wenn ich spinne. Naja, dicker. Mit Burst im Klo-Fight gegen MP. Ich bin der Pilot. Ich hab den Fonsor... 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 Ach, keine Ahnung, Meckens. Okay. Doch. Vielleicht jemand auch schreit hier. Ja, die sind alle, oder ich? Ich würde jetzt ungern in Moswundet und mein Kopffeld anploppen, wenn wir hier noch Lupen haben und so Quatsch. Ja, dann... dann mach, dann mach. Die sind alle unten bei dir im Bravestor. Also, ich bin in... in der Keller, aber ich seh noch Kenia. Na, warte, ich mach dir mal Pingerella. Warte, au! Ausrüstung markiert. Ausrüstung markiert. Schon gut. In Schlagdistanz. Das kannst du jetzt... drehen und wenden, wie du das magst. Ich mag jetzt die Looper hier, weil... dann muss ich wieder nicht in die Prison gehen. Vorratskiste markieren! Paket sichern! Package save! Package save! Nein, Chaser! Oh, ich hab die Panzerkiste gegen... Nächstes Ziel entdeckt! Du bist den Feindlichsten verfolgen! Oh! Speziale Munikation! Speziale! Verbündete Drohne ist in der Luft! Vagarsuche wird gestartet! Ja, ja, ja! Aber hier ist schon wieder Plattenmanue, oder? Kann das sein? Ne, ich hab 5. Nächstes Ziel entdeckt! Nein, bitte Schwerk, Schwerk! Okay, ich kenn... Ich kenn sie, Schwerk! Du Reki, gönn dir, komm! Gönn dir, Dinger! Komm! Oh, Plattenbox hier! Brauch mal eine Plattenbox! Ich kenn sie nicht, Schwerk! Ich hab spezielle Munikation, ich kann nicht kaufen! Zum nächsten Gebiet vollkommen und den Bereich sichern! Nein! Einer muss die Plattenbox hier mitnehmen! Alle Vorratskisten gefunden! Ja, für eine! Ist mir egal, einer muss die Plattenbox mitnehmen! Du holst, NoDot! Okay! Komm, wir gehen, NoDot! Du holst, NoDot! Ich möchte mir Sachen kaufen! Also, ich hab ne Muni-Box, ja, Jungs? Patze, Patze! Feldaufrüstung verfügbar! Na, was meint sie, wo jetzt die Zone hingeht? Wenn sie hier bleibt, würde ich auf Snipe gehen! Ansonsten vielleicht doch M16! Ich geh wieder erstmal aiming, und dann äh... Ich hol einmal... Duik! Look at this Kinox! Oh my god! Okay, reicht! Das wär voll nice, wenn mir einer droppt für... Ausbewehrungsdaten gesichert! Gut gemacht! Oh my god! Leute! 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 Okay, reicht! Wow 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 wow! Ambro, kannst du einmal droppen für safe? Äh... Jo... Okay! Äh... Perfekt! Achso! Jetzt zeug ich dir Ernst 4 Kohle! Ich zeug ihn damit! Ernst 16! Okay, Juli! Geh mir dann wieder ein bisschen her, Dud! Bitte! Gut! Das Ganze! Ich möchte mir einen Tracer E holen! Duik! 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 Oh my god! 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 Duik! 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 Zwei! Ja! Ne, dropp die mal hier drinnen bitte! Ich hol noch die Plattenbox hier hinten! Mann! Gib jetzt Geld! Wieso hast du mir durchgedachtst und wenn wir scheiße rum? Oh, der Station gesichtet! Jetzt Geld! Weil er dir einfach ins Nachtherzimmer gehen kann und Parklein kann! Wo ist die Ploppen noch und dann... Ja! Das sah schon ganz gut aus! Na, ich geh schon, Heidi Alla! Ausrüstung raus! Was ist denn? Was ist denn? Nee, hier! Ich hab da eine! Na dann, drop! Geh ich die anderen noch schnell holen? Ich hoffe, die ist noch da! Ja, nur wegen mir sind wir... Ich hab die Plattenbox hinten noch eingesammelt! Ja, back to back wäre schon verdammt nice, man! Jetzt haben wir das mit Marti gemacht! Du hast nur kurz was rausgeflogen! Ja, Sponsortasche und ich hab noch mal richtig viel Geld bekommen! Da war eine goldene Kiste! Sponsortasche und schnell! Ich geh sofort in den Heli! Wo ist denn der Heli? Ach da! Äh Leute, was habt ihr mit den Helis gemacht? Ah, bei Sicht kommt man zu einem Hubschrauber! Die Heli... Die machen die grad Liebe? Sag mal! Ich hab nie Liebe eingebaut! Na, guck doch mal! Ich mach ja grad die Liebe! Ich bin der Filo! Nooo! Maaan! Shurek! Geist! Ich hab grad grad Herzenspass bekommen, Digga! Das Ziel markiert! Schütze es! Puh! Digga! Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Äh, ich... Ich weiß nicht mehr wo die Moonbox ist! Ich geh noch nicht auf Geist, falls noch mal einer drauf geht! Dass wir noch mal ran können! Warte! Ich kann meine Amex hinnehmen! Warte! Amex! Ich kann meine Amex nicht hinnehmen! Du, was spielst du gerade? Shureko? Hast du MP im Mono? Ja! Ja! Okay! Ey, was spielst du gerade Shureko? Mit 10 und M16! Ich spiel mal aus, was Schwierig spielt! Weil Shurek ist mein neues Vorbild! Oh, hier ist Moonbox! Ich habe Moonbox! Okay, ich hab sie endlich! Guck mal! Digga ist mein Vorbild in Fortnite und Shurek ist mein Vorbild in Roson! Weil Shurek ist einfach... Shurek ist der Loopsauger! Shurek, aber bitte so stehen und beweg dich nicht! Nicht! Nicht bewegen! Sollts erwarten, willst du meinen Schuh anmeinen? Ich möchte dein... Pippürchen in München sehen! Ein Big Bad Booty! Aha! Okay! Der riecht nach Kackwurst! Also riecht er nach Dude! Nehme neue Position ein! Gerade waren wir noch das beste Team, jetzt bin ich Kackwurst Dude oder was? Ja! Geh her! Nein! Du willst... Sauber, man! Keine Ahnung! Pfeffer! Das Gas kommt! Ich übernehme die Steuerfläche! Bisschen vorsichtig mit Medi umgehen? Ja, der ist schon fast... Der ist facken! Papa? Papa? Ich bin Passagier! Nein, ich kann das schon! Okay, langsam! Unser Ziel ist in der Sicherheitszone! Seht ihr? Weiner muss hier beim Heli bleiben! Weiner muss hier beim Heli bleiben! So... Weiner muss hier beim Heli bleiben! Falls einer hier wieder bespricht! Hallo Daurai! Hallo Daurai! Daurai! Nee, nimm dein Arsch doch mal im Visier! Hier Daurai! Ich bin voll! Nimm mal mit! Nimm mal mit! Noch mal mit! Fangen wir noch eine Flacke an zu machen? Äh... Auf Port? Unterwegs! Aim-Boot! Nimm mal... Krieg ich mal eine Schatte noch ein bisschen? Und auf der Autobahn auch? Rücken vor! Kann ich sichern werden? Prägt die Bitte! Drum hier! Ausgefahrlich! Drum auf der Ecke, auf dem Backsteinerhaus sitzt einer! Ja, da läuft er Oh, ich hab sie aufgescheucht Da ist einer Da sind sogar zwei Jungs White hit Knocked Einer ist knocked Da auf blau Sein Buddy holt ihn gerade Oh, warte, kannst du sagen, wo die ihn lockt? Achso, schuldigung Ne, kann ich nicht hier, der springt immer zu Bravestorskling Neue Position Hier sagt, wenn ihr ihn genockt habt Hier vorne rennt einer Drück hier vor Drück hier vor Das kannst du knicken hier, das ist einfach nur Munition raus Schwendung, Verbindung, Cut Warum, ich hab ihn doch gemockt Ne, behalte mal, behalte mal noch für ihn los Komm, warte, Beuchertag hier Ich hab keine Ich hab noch eine Moonbox Ich hab noch eine Plattformbox Ich hab noch eine Moonbox, Jungs Mein Gott Erstmal Kaffee machen Papa? Was? Ab dich nicht Oh, stark Ist ja Ab dich nicht Was soll ich sagen? Gravestar Stinkst nach Kacke Wir haben dich nicht nachher Sieh, gleich da Gravest Veränderter 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 Aber wir sind liebe Penisse Hast du vergessen zu sein Ja Ich muss dir was sagen, gut Dürf ich auch nachher Jetzt komm Oh Alter Hätt mich abfließen Also die von Port sind jetzt Da Mann Er pingt nicht Wenn du nicht auflegst, pingt er nicht Ja Rücke vor Die sind jetzt da Da laufen sie Ignoriert das Feind markiert Och, er hat so schön stillgehalten Sagt mir, wenn ihr einen genocht habt Und sagt mir, wo ihr einen genocht habt Ja Na da Na da Unterwegs 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 Das Gas kommt Neue Fichte 1 Er wird markiert Aber die Zone wird langsam knapp Wir laufen schon da hinten, Jungs Nehme neue Position ein Sniper me Sniper me Ja Nimm den Rest Nimm den Rest Nimm den Rest Warum ist dein Charakter eigentlich so ein Hybrid aus The Rose Und so ein Nose-Ginner Und so ein Nose-Ginner Meiner? Meiner? Ne Tut Tut seiner Ne, ich hab doch Das ist doch Ich hab für den noch alle Missions gemacht Für den Einbeinigen hier Find den richtig cool Alles zum richtigen Ja, tut's gut Jungs, ich würd mir mal ganz kurz ein Prezi holen Und mal ein Drönchen noch anschmeißen Was hat ihr? Was hat ihr? Was hat das Fabian-Arsch angemalt? Oh, ihr habt mich auch angemalt, ihr Pana alter Verbindete Aufklärung ist online Drohne erreicht Einsatzgebiet Nein, haben wir gar nicht Warum lau ich hier eigentlich? Ich meint markiert Okay Sag mir, wenn ihr ihn genockt habt Und wenn ihr, wenn ihr ihn genockt habt Dann seid ihr wohl, wenn ihr ihn genockt habt Damit ich ihn knocken kann Nehme neue Position ein Ich war ein bisschen irritiert von meinem Simultanhüpfen So gut Feind markiert Habt ihr mich angemalt? Achtung Drohnen-Teilstoffe in der Zurück der Warnung zum Achtanken Nein, ich hab nur den Papa angemalt Du hast du die angemalt Ziel, gleich da Ja, was machen wir denn da oben? Ey, ich übernehme den Stein hinter mir Was? Einfach Egal, der von Mama Äh, Jungs, alles okay oder? Ihr habt den Tischler umgebracht? Was? Der Tischler Achso Tü-Tü-Tü Ja, komm mal her Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hab ich bloß gerade ein bisschen gewundert, wie schnell er hier unten war Oh, der braucht Ich hab nur einen Pavian Arsch Hehehe Hahahaha Ehh 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 Ehh, ich muss mich jetzt hier konzentrieren Ehh 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 Aktivität Ok Ten, nein, der hat noch einen Pavian Arsch Ehh, ich hab dich ganz an, nochmal Brave Star Du siehst aber genauso aus wie der Große Zeig Zeig Was, wer sieht genauso aus? Hab ich auch ein Fabian denn zu? Achso Ich bin doch den Hosen da Zeig 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 Ich geh einfach mal auf Aber das Brave Painten jetzt den Heli Ah, es geht gar nicht, alles Geht nicht los Ha, hau auf dir, Alter 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 Der säe wie ein Grissbaum Gott Ahahahahaha Digger Digger Effe 않아요 und Ketschum Guck mal, er sieht aus wie vor'n kyb Er ist McDoll! Er ist McDoll! Er ist McDoll! 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 Neue Position! Ich muss den Kuppern wollen! Komm mal G markieren! Mann, wer rennt denn hier rum, Alter? Was fliegt nochmal jetzt hier? Du, die Haube zu mir! Ja, du wirst doch schon angemalt, Alter! Ja! Wie bräst du aus, die Dicke? Werfen Betäubungsgranate! Komm mal hier, mein Spiel markiert! Unterwegs! Schon gut! Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Spiel, gleich da! Alter, kannst du mal stehen bleiben, Dicke! Ach, ich hab's erstmal auch... Hab hier Großkaliber Munition! Oh, ich hab's jetzt... Boah! Nein Scheißie hier! Einmal hätte ich da Öl gehören! Kippeck! Ne, ne ne, ne, ne! Ich geh an der Seite! So, jetzt ist Shrek auch gelb. Also guck mal, ich würde mal von 600 Meter schon sehen. Gut, sind wir alle schnell in den Heli gejumpt sind, oder? Ja. Ey, ich seid stark. Hark. Ja, ich hab auch gedacht, wer kommt hier runter und hier ist alles angemalt. Auto, Auto am Shop. Wo, 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 wo? Oh, da ist hier sie. Ich hab hier ein Herz. Da ist ein Herz. Ignoriert das. Unterwegs. Wir müssen gleich zu vorne kommen. Feindliches Fahrzeug. Drei, zwei, ein, okay. Einer noch. Ja, wir finischen. Oh, oh, oh. Hier. Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Tot. Ah, eh nichts. Hab ihn. Warum haben wir denn von dem keine Meldung gekriegt, Alter? Das ist voll oft in letzter Zeit, Alter. So. Weißt du, was wir machen müssen theoretisch, wenn die Zone hier zusammen geht, müssen wir hier oben auf Schiff... Auf Schiff gehen wir auch. Natürlich gehen wir da oben. Mit dem Heli, weißt du, und dann schmeißen wir den Heli weg und... Ja. Ich denke mal, die Zone wird wieder hier zusammen gehen. Und unten am Schiff sind sie schon. Da steht schon das Auto. So ist Schweck nicht rot? Bin unterwegs. Ich übernehme den Steuerzimmer. Ja, ich mach dir gern jetzt. Nee, wir wollten nochmal drehen. Aber blöd ist das, wie dieses Geist war. Oh geil. Oh, Schüsse von rechts. Ja, da? Ja. Weißt du? Warte. Warte, ich klasse. Daniel, rennen weg. Mann, scheiße. Rein, rennen. Jetzt müssen wir wegrennen. Ja, ja, dann rein. Scheiße, nur Weißhits. Einer ist noch. Wo, 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 wo? Da. Hab beide noch. Habt ihr raufgeschmissen? Ja, ja. Nice. Einer ist bestätigt. Boah, ist der andere weggekommen, Alter? Wer liegt da noch? Hab ihn. Halt hier unter direktem Beschuss. Du schaffst das. Ich hab dich. Ich geh los. Nee, drück die Stamme schlafen, Alter. Die von grün. Du musst mal ne... Plattenchests drücken. Habt ihr Plattenchests? Das kommt. Ey, Jungs, irgendwo vorm Prison snackt einer. Oh, Aimbot. Das war jetzt durch. Braves, da kannst du einmal rüberkommen und uns durchpicken. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zum Shop kommen wegen Safe. Warte. Achtung, verbündeter Präsentionsluftschlag im Anflug. Ja, aber das ist schlimm. Jetzt hast du dich ja doch geholt. Nein, wir sind nach vorne. M-Moom bin ich voll, Digger. Ja, wir haben ja keine. Ich hab keine. Ich mach Platz nicht pro Platten. Ich hab keine Platz. Hier, das ist eine einzelne, Braves ein Merk leider nicht. Jetzt hat Shurek nichts abbekommen. Alles gut, ich habe hier unten mir von dem Zypneen Staff geholt. Können wir noch zum Schiff? Nein, nein, nein. Schiff brauchen wir nicht mehr. Wir bleiben jetzt hier unten. Wir bleiben jetzt hier oben. Na, aber Schurek, irgendwo hinten hatte ich auch noch welche gesehen, die gelaufen sind. Also rechte Flanke aufpassen. Ja, aber die sind aber abmäßig. Wir hatten fünf Zonen. Nebeneinander. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ne, ich stecke jetzt von hier um. ja es neckt aber nach links also irgendwo damit hier unten laufen sie um ja da hinten ist noch einer ja ich treff sie nicht die rennen so schnell ich guck ob der hier vielleicht einer oh prezi kommt ja oh ja ich krieg von links ich krieg volle möhre von links jungs gut dass einer mal gedrückt hat nein die waren nicht auf dem range die waren viel weiter vorne drei gegen drei gegen drei wenn ihr glück habt alles gut ich habe da waren sie genau vor die schule nicht 16 Meter sitzt hier vor euch in dem büsch da ist er Hier kommt er schon Erbündeter Präzisionsluftschlag im Anschluss Hopp ihn Hopp ihn Nice Back to back Back to back Nice 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 Jungs und ich streame nicht Danke alter Geil Waaaaaah Effernl, Effernl wieder Dad, habt ihr euch schon mal den Wagen geholt? Hast du den Wagen geholt? Hast du den Wagen geholt? Du hast den Wagen geholt, ja ich weiß Ja, auf 1 Das ist gut, aber ich bin bereit Ich bin der Wagen Und ich bin der Wagen Ja, ich bin der Wagen Und ich bin der Wagen Schuhe, mein Vater Stamm in Prisode Stamm in Prisode Ähm Da ist ein Wagen Schöner 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 Vielen Dank.